Hallo meine Lieben, jetzt ist es soweit, wir channelen. Ich hoffe ihr habt abonniert in YouTube, damit ihr wirklich kein Video verpasst, was ich jetzt präsentieren werde. Somit lade ich euch heute ein zum ersten Channeling. Das erste Channeling beginne ich mit Metatron, dem König aller Engel und Erzengel. So, es geht los. Ich verbinde mich jetzt und stelle meine erste Frage an Metatron. Metatron, du bist mein perfekter Ratgeber. Was hast du den Menschen auf Erden zu sagen? Metatron antwortet. Ihr Menschenkinder, ich sage euch, lernt und erkennt, dass ihr von eurer Eigenwilligkeit und Selbstsucht ablassen sollt. Besinnt euch auf die Liebe zu eurem Nächsten. Nur so werdet ihr die Liebe in eurem Herzen wieder spüren können. Schaut und erkennt, wie die Menschen egoistisch leben und nur an sich selbst denken. Es ist Zeit, in Liebe und Harmonie zu leben. Dies ist meine Botschaft an euch Menschenkinder. Ich, Derea, im Namen der Menschen, danke ich dir, Metatron, und ich werde deine Botschaft an die Menschen weitergeben. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So, meine Lieben, das war die erste Botschaft im Channeling von Metatron, dem höchsten Engel aller. Ich bitte euch, dass ihr euch diese Botschaft zu Herzen nehmt und fangt an, so zu handeln und zu leben. Dafür danke ich euch, auch im Namen der Engel. Habt ihr bestimmte Fragen, Sorgen oder Nöte, dann lasst es mich wissen. Ihr könnt mich erreichen unter deria-lichtvolle-engel-kontakt.de Kontaktiert mich. Ich werde euch mit meiner großen, kraftvollen Christus-Energie helfen, Ratschläge geben und vieles, vieles mehr. Bis zur nächsten Channeling-Botschaft grüße ich euch, eure Derea.